Hier jetzt ja 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 geil eine Munition haben wir auf jeden Fall noch davon Achso hier deswegen Uuuuh Warum sagt mir das keiner? Dann nehm ich die Stinger doch Und So ne Stinger schießt eigentlich den Helikopter direkt ab alter rams 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 da kommen jetzt noch mehr oder ne doch nicht gut Captain Garrison hm, was? Ginger? was? hier? hm, ist ein Zufall, man wird überhaupt nicht durch das Spiel geführt hier aufmachen? ne, das wird zu einfach, ne? das wäre echt zu einfach, oder? oh ich muss es öffnen, ist klar was kommt jetzt? jetzt kommen hier Gegner, weil ich es öffnen musste was lag da? nichts, okay das war einfach nur eine Spur ich hoffe aus ja, lass uns weg ich werde dich fest ich hätte dir fast schon wieder ans Gesicht geschossen du bist zurück Trump's Lord ist noch am Leben es ist nicht am 8 wir sachen du dein Brot drauf Was für eine Verteidigung. 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 Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nicht mehr. Was? Guck mal, ich hab das Ding da. Was für eine Verteidigung. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das können Sie zulassen. Hören Sie zu. Wenn Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeige. Wie ich zu meinen Brüdern sprechen kann. Ganz ohne Furcht. Habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Dann würde ich gerne mal durch. Irgendwie. Ich schaue deine Überschrift. Blü Verlass es. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Ja. Absolut, Sir. Okay, thank you. Zeig sie mir. Regnum, Irish, ich komm dich. Hanno, ist das sicher? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Viel Glück. Okay, ich will einen Griff voller Tier 4. Vorbereitet am Start. Sofort. Reilung, ich bin unterwegs. Das war nicht genau. Geht mal so. Ja, dann ist die Zeit. Das ist mir sicher, dass ihr nicht mal andere Zeit. Ich bin mit ihm verheiratet, so vier steht. Hey, Hannah. Hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Ja, tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Hannah. Boah, das ist an dem Spiel bekommen Kopfschmerzen. Ganz ehrlich, ey. Ach. Hier bitte, Sergeant. Soll kommen fliegt mit Pac? Ihr bleibt ja im Leben. Das ist damit谁. Geht ausgeführt. Passt ab die Valkyrie, ab. Sodann nicht wir fixen. Hurra! Guck, was darf ich machen? Achso, ich fahre. Okay, cool, cool, cool. Alles klar. Special Effects. So, irgendwie ein Kriegsschiff soll da vorne sein. Habe ich gehört. Einen Kriegsschiff aus der Distanz trifft. Das geht sehr, sehr einfach. Egal von wem die Flieger jetzt waren, die hätten locker das Schiff jeweils des anderen zerstören können. Und Schiffe explodieren nicht. Okay. Was soll ich machen? Achso, da wieder einfach ran. Oh. Ja. Wir sind im Toten Winkel. Bereit machen. Wir sind sicher. Oh, ich darf sogar schießen. Am Deck ist keiner, oder was? Was? Warthress. Hier ist Tombstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Die ist euer Status. Over. Wir sind fast erledigt, also jagd es hoch. Perna, drück den Knopf. Das stimmt fast nicht. Es ist rot. Keine Verbindung. Wrecker? Scheiße, gib mal her. Schiff. Wir müssen noch mal runter. Na gut. Es muss nur einer von uns gehen. Wrecker? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut. Gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah. Ich bin Irish schon vergessen. Der Glücksfilm. Gib sie mir, Wrecker. Wrecker. Ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hannah. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Oh, wie ich sowas hasse. Jinji und alle auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten. Gib mir das C4, Wrecker. Ich kann die Bitch nicht ab. Wrecker. Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf. Ich bin jüngst. Ich bin jüngst. Ich bin jüngst. Alles klar. Drück den Knopf, Wrecker. Dann wird hier sterben. Ha 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 ... Boah wär das ein Titel!! Damit ist der Krieg vorbei, oder was? Okay, erstmal fangen wir damit an. Ich bedanke mich für das Zusehen des Let's Plays. Zweitens, danke an EA, dass die mir die Rechte gegeben haben. Drittens, jetzt kommt es zum Inhalt. Das war ein Flop, sorry. Wayne? Escape, so. Ich habe das Spiel jetzt durchgespielt, werde nur noch online spielen. Und ich fand das inhaltlich sowas von derbe schlecht, also schlechter geht es nicht. Es ist ein Shoot, aber wirklich, das war... Das war wirklich ein Klischee, seine Shoot für uns. Das soll einfach nicht mehr sein. Naja, ich tue mal weiter, weil sonst habe ich das scheiß Ding sich beendet. Na okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Oh, ich bin gerade mit dem Stuhl zurückgerutscht, das hört man sehr. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Sag Tschö, bis dann. Und man sieht sich. Und man sieht sich.